ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play und zwar dass sie zwei wie ich schon im letzten channel klicken news angekündigt habe werde ich ab diesem monat auch dass in die zwei spiel habe ich mir geholt und finde es verdammt cool bisher und zu den channel klicken news finde ich übrigens den namen von salia quick click news äußerst cool und werde den eventuell so übernehmen liebe salia also vielen dank dafür schon mal das sind die zwei das sind die zwei spielen shooter an sich also in erster linie ein shooter mit mmo und rpg elementen also eigentlich ein mmo rpg als shooter es gibt verschiedene klassen so genannte hüter und zwar den titan den jäger und den warlock und jeder symbolisiert halt eine klasse halt wie es in mmos üblich ist einmal der titan so sozusagen als tank der jäger als dd und der warlock kann soweit ich weiß ein bisschen heilen und sowas oder kanten ist heiler genau habe ich es noch nicht durchschaut also diejenigen unter euch die sich da besser auskennen einfach mal in die comments schreiben freue ich mich sehr drüber in dem let's play ihr habt ja im anfangs bild schon gesehen nicht mittlerweile auf ja habt ihr am anfangs bild schon gesehen dass ich schon ein bisschen gezockt habe ich bin auf level 11 mittlerweile macht nämlich verdammt viel spaß das spiel und ich habe die woche schon mal genutzt und ein bisschen gedaddelt und ziemlich gesuchtet und im let's play will ich mit euch den titan spielen es gibt drei verschiedene rassen einmal den menschen menschenheit dann die erwachten das sind glaube ich menschen die ins all geflogen sind deren nachfahre jetzt halt eben so aussehen weil das all sie für immer verändert hat und dann gibt es die exos die exos sind kampfmaschinen die für einen längst vergessen in krieg erbaut worden sind und jetzt also halt wirklich eine ki haben und dementsprechend selbstständig denken können auch und ja genau die werde ich jetzt auch spielen beziehungsweise das volk werde ich spielen und muss jetzt noch mal so aus farbe rot ist ganz cool und farbe weiß augenfarbe und blau war dann kopfmerkmale keine mag es nicht wenn da irgendwas komisches da rum fleucht oder so man könnte theoretisch auch hier doch mal so ein bisschen was drauf packen aber nein danke so ja jetzt habe ich doch noch was drauf so dass man weg möchte ich nicht ich möchte ehrlich gesagt ein anderes gesicht ist cooler hier mit dem das hier das ist cool das gefällt mir so genau so werden wir jetzt aussehen und wir starten direkt mit dem spiel und dem intro und ich wünsche euch schon mal viel spaß dabei also ikora wenn das ein scherz sein soll fällt mir schweres zuzugeben aber ich wäre beeindruckt dich zu beeindrucken kate ist echt ein kinderspiel für mich es ist ernst leute zawala das ist mein ernstes gesicht guck doch die korra was gibt jemand oder etwas sabotierte die skyline verteidigungssysteme die komps sind seit den letzten stunden unregelmäßig die sensoren außerhalb der mauer sind tot vielleicht ist es nur der sturm vielleicht ist es was sagen uns die satelliten nichts das ist gut oder nein sie sind nicht da da sind keine satelliten und das ist nicht gut kampfstationen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sind leicht lediert Haben unseren Geist nicht dabei Keine Waffe, nichts Und nach diesen tollen Sequenzen Nach diesem tollen Einstieg in Destiny 2 Finde ich, das ist ein Ein gutes Ende Für die erste Folge Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein Es bleibt weiterhin so dermaßen geil Wie in dieser Folge auch schon Und ja Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen Ähm, like, teilt, kommentiert Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält, bitte Äh, ich mag dieses Spiel nämlich sehr Und werde es definitiv weiterspielen Und vielleicht sogar zum Hauptspiel machen Ähm, von daher Würde es mich sehr freuen Ja, wenn es euch auch gefällt In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Und vielen Dank fürs Zuschauen, euer Klick, tschö